Moin Moin an alle LS19 Freunde und Willkommen auf der Map Moon Kreis Mittelland und Projekt die Long Long Farm mit Part 20 und wir werden jetzt hier mal die Feldarbeit weiterführen so Oder können wir hier weiter machen? Mit der Feldarbeit, das geht ja schnell. Wir fahren ja immer noch mit dem John Deere 8400R, also die größere Maschine. Deswegen geht das ein bisschen schneller. Und da ja sowieso die Arbeitsbreite von der Maschine ja sowieso extrem groß ist, passt das ja besonders gut. Mit der Feldarbeit. Gut. 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 So. So. So, auf jeden Fall werden wir das jetzt hier erstmal fortführen, die Feldarbeit. Und danach werden wir auch Saatgut ausbringen, wenn das Feld 9 fertig ist. Dann muss ich auch noch machen. So. 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 dann. So. 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 Da muss ich mir mal genau überlegen. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. ich gehe hier hin und hier stellen wir mal hier ab so das was hier steht dort 6 die Horting am überlegen so hier wurden Wir werden jetzt mal Sojabohnen anpflanzen. Ist mal was anderes als immer hier Raps. Und da. Und dann pflanzen wir jetzt Sojabohnen an. Sojabohnen an. Das geht ja jetzt schnell. Sojabohnen an. 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 So. 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 So.